hallo und herzlich willkommen meine lieben freunde zu einer neuen folge die geschichten aus notwem ich bin nicht mehr afk ich zeige euch kurz mal den chat verlauf ich habe den derek zirkelmehr angestellt ich habe gemerkt den hatte ich noch ausgestellt habe ich jetzt mal angestellt und wir stehen hier schon wieder vor einem neuen gebäude was ist denn hier schon wieder passiert okay die feuerwehr da habe ich im übrigen glas eingesetzt ich habe ein inventar gelernt weil ich noch den rest von notwem kopiert habe das komplett da ich habe die notwem die zweite notwem quasi jetzt wieder runtergenommen vom server und ja das gebäude kennt ihr das die feuerwehr und hier ist noch ein zweiter entstanden und da bin ich jetzt noch ein bisschen am machen am tun jungen so eine höhle die welchen mit erde auskleiden da bin ich immer runter gegangen hier ist quasi der hohlraum unter der mauer und in der wird ein bisschen noch ausgekleidet werden beziehungsweise hier abgebaut dann möchte ich noch ein bisschen was rein denn hier kommt die feuerwehrlich pferdewachen quasi ist hier drüben die feuerwehr und da wollte ich hier eigentlich noch eine tür rein bauen dass die feuerwehrleute sofort hier rüber sprinten können auf ihre esel sind das nämlich dann bei mir und die esel die kommen dann von von den heidestellungen hier drüben die heidestellungen wissen die und das sind ja so edel mit so truhen dran und da wollte ich dann gerne wasser einmal reinpacken das sind dann so die löschpferde habe ich mir so gedacht zugleich mal auf einem kleiner anna kleine anna kleine anna warum heißen die kleine anna hier sind tulken drin damit habe ich nichts zu tun ehrlich jetzt keine ahnung die wirken sind gewachsen super hier habe ich noch zwei wirken gepflanzt ich weiß nicht ob ich das in der folge gemacht habe sogar da habe ich keinen plan wir holen uns erst mal unsere sachen und zwar habe ich die hier drüben hingelegt wir kriegen nämlich bald besuch hier und dieses video wird wieder auf youtube genauso wie auf widme das unser zeug also auf youtube genauso wie auf widme erscheinen das heißt wenn er meinen kanal auf widme noch nicht kennt der nennt sich sehr trick unterstrich sef da könnt ihr mir ein follow da lassen wenn das nicht getan hat dass ich auch das ist schon noch so schnell dass ich auch schon bald die 50 voller habe zurzeit sind glaube ich sieben stück zu der jetzigen aufnahme das ist okay ich war übrigens auch ein schlangen stein ich war ein schlangen stein dazu wird aber noch ein video folgen ich bin wieder zurückgereist und ja ich stelle mich mal kurz hin ich bin zurückgereist ich habe die botschaft noch nicht fertiggestellt ich werde ich auf jeden fall aber mal das könnte ich mal tun in der nächsten folge blende ich euch mein bild ein wie sie bis jetzt ausschaut ihr könnt schon ungeduldig jetzt darauf warten und nächsten folge blende ich mal ein zu diesem bauplatz hier oben der enrico hatte geschrieben dass ich hier ruhig noch ein wohnhaus hin bauen könnte das werde ich auch tun also hier kommt ein wohnhaus hin als planbaustelle muss ich mir merken in meinen köpfchen das ist gar nicht so einfach hier liegt sogar noch schnee hier sind die dorfwohner wieder ich finde es übelst cool dass sie die dorfwohner sind nicht so schön finde ich das nur ein schwarzes schaf und ein weißes schaf hier drin ist da möchte ich mir eins von denen hier rüber und das ist kein weißes ein hellgraus das ist der abonnenten sound mich haben zwei leute abonniert das ist schön danke für euer abo wenn ihr das jetzt seht und euch angesprochen fühlt weil ich habe das ausgestellt könnte das ja mal einstellen dass man das sieht was ist denn das das müsse das sein okay ich habe die sehne mal eingestellt gut was gibt es noch neues es gibt noch was neues genau wenn wir uns erzeugt ich habe mir mal hier ein paar ein paar wegpunkte gesetzt einmal hier für notwain einmal für music und einmal für niederbach in der nieder die karte von mir ist es nicht so groß wird sich auch bald ändern ich wollte aber erstmal die wegpunkte wieder ausschalten zack 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 ok und zwar gehen wir da mal durch die Stadtmauer guck mal hier sind schon ein paar dorfwohner drin das gefällt mir soll natürlich auch ein bisschen schutz bieten gehen wir hier raus und hier hin hier unten drunter sind ja die fertestellungen hier oben ist der löschenmarkt quasi kann man hier oben waren verkaufen habe ich so als marktfläche mit so einem schönen hellgrauen glas oben drüber dass die sonne nicht so hier auf die köpfe prasselt sondern ein bisschen gedämpft wird das war so mein plan und der große plan ist ja hier häuser hinzubauen und zwar wollte ich die straße noch ein bisschen raus ziehen da kommt dann nochmal eine so in der mitte kommen dann quasi hier häuser hin und auf die andere seite noch ein paar häuser und hier dann ein paar häuser die werde ich dann wahrscheinlich auch in den berg mit reinbauen da gucke ich mal genauer hin und hier seht ihr hier habe ich schon ein bisschen mit Mauer weiter gebaut hier rüber auch schon ein bisschen was gezogen das schauen wir uns jetzt ganz einfach mal an hier ist nämlich noch der alte weg und ich weiß gar nicht warum ich jetzt zugemacht habe achso deswegen jetzt weiß ich es wieder warum ich hier zugemacht habe dann machen wir mal da auf zack und zack so und da kann man hier raus das kennt ihr ja und hier hinten das kennt ihr noch nicht und wie ihr seht habe ich hier ein bisschen geteraformt und da geht auch eine treppe runter das kann man mal ganz kurz begutachten gehen das heißt wenn man jetzt hier vom großen tower kommt da habe ich auch hier oben die holzverkleidung dran gebaut und hier habe ich noch ein paar Pfosten hier Stützen mit hingebaut und ich bin hier einmal runter gesegelt und zwar von genau da nach genau da und da hatte ich dann noch zwei Herzen und hier ist Gras rüber gewachsen da können wir das hier mal wieder bewirtschaften da ist ein Bett ok hier ist eine Kuh sehr schön da ist das Luftschiff vom Fuzzy schaut schon ganz schön hübsch aus hier kommt dann noch zwei Türme hin hier unten ist Hohl ich weiß hier unten ist Hohl da ist der alte Weg den habe ich jetzt einfach hier mit herangebaut und quasi hier drüben vom Brunnen diese Mauer hier so mit so einer Kurve hier rüber und da musste ich einen reingehen weil das sonst nicht symmetrisch wäre mit der Mauer man kann eben nicht alles recht machen so hier ist die Bibliothek das hat sich ja nicht verändert hier wollte ich den Block rausnehmen dass das hier hoch wachsen kann dann stelle ich mal da drauf dass er nicht verloren geht sehr schön ja viele Veränderungen hier in NotWane schon wieder die ich offscreen getätigt habe ich hätte euch wirklich gerne dabei gehabt nur ich möchte nicht so viele Folgen rausbringen da ist das so ein kleines Let's Play Let's Show deswegen mache ich hier jetzt mal ein Thumbnail zack dass er auch nichts weiter verpasst zeige ich es ja deswegen ach so hier oben ich kann jetzt mal ganz auf der Karte genau auf der Karte sieht man das der Teil hier hinten war bisher noch nicht drauf den habe ich jetzt mit dem zugefügt hier sieht man ja die braunen Zäune das sind ja alles die Grundstück Abgrenzungen von den Botschaften und hier hinten lalala das Gebiet von hier von dem bis nach da also das Gebiet hier das muss ich nochmal aktualisieren aber den Restchen habe ich quasi das mache ich jetzt nur manuell weil ich habe die Welt schon unten wieder so dann sind das hier die zwei Brücken die Brücke habe ich übrigens auch warte mal wir können da ja mal hinreisen wir reisen da mal hin wir reisen da mal hin ich habe nämlich einiges hier euch zu zeigen ja ich habe einiges euch zu zeigen genau da machen wir eine kleine Rundreise meine lieben Freunde wenn wir wieder zurück sind äh wenn wir wieder zurück sind da kriegen wir auch schon wieder Besuch da kommt nämlich ein ganz netter nach Nordwäden und äh tut sich hier verewigen erbaut ein kleines Gebäude und das finde ich doch cool ne so hält man zusammen hier ist noch Krams den ich hier gebraucht habe beziehungsweise herausgeholt habe ich finde diesen Trank einfach nur genial wie er die Farbe wechselt ok 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 ist der Bahnhof da müssen wir auch noch ein bisschen Verkleidung bauen so viele Baustellen so viele Baustellen dort unten müssen wir eh noch viel bauen ok meine lieben Freunde ok ok das gefällt mir auch nicht so wirklich hier habe ich übrigens ähm ein paar Dörferwohner raus geholt da habe ich die Zäune abgebaut dass sie raus gehen konnten habe ein bisschen die ähm ich habe herausgefunden warum die ganzen Felder hier kaputt sind und zwar war da oben äh der letzte Steinzaub ne der vorletzte Steinzaub nicht da da sind die hoch und da war eine Erdbrücke nach da drüben die habe ich vergessen abzureißen und deswegen war das ähm nicht so so praktisch jo es ist gerade wirklich sehr sehr emotional traurige Musik hier finde ich eigentlich äh nicht so hübsch gut Tag so und jetzt bin ich vorbeigelaufen das kennt ihr ja schon hier wir wollten aber hier lang hier unten ist auch noch Schnee nein du fängst du hier nicht an Weizen zu bauen wie Gärtner so viele Erfahrungspopel hier schon wieder zack ja meine lieben Freunde ich habe übrigens äh eine eine schnell zugriffstaste gefunden im Standort drückt mit die Taste L auf eure Taste tun das passiert das tadaaa und ihr kommt sofort in die Fortschrittsliste da wird mir angezeigt was ich alles schon habe und was noch nicht jo und es wird gerade Nacht und wir überqueren mal ganz schnell hier die Bahngleise guck nochmal hier rein hier ist eine Haken das ist super die nähern wir mal kurz mit zack und geh nochmal zurück und haken mal da noch was ganz denn nicht hier war was kaputt so wenn sie in die Kühe die Brücke muss ich auch noch mal ein bisschen ein bisschen anpassen ich finde dass das Lied etwas lang ist das hört sich doch schon besser an ok es ruckelt wahrscheinlich gerade schon wieder ok jetzt ist es wieder hm hier habe ich ja so das wollte ich eigentlich mal durchgehen was haben wir denn übrigens alles schon gebaut ich weiß es gerade gar nicht ähm hm 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 lalala also die Lünelebermine haben wir noch nicht angefangen da haben wir nur angedeutet die Kathedrale zur Hohen Wehe auch noch nicht die Kuhwiesen am Hang die haben wir ja die haben wir zack äh schmiede zum Tannensteiner Meisterbetrieb Gleisenmanufaktur Ingo äh Klömer Klömering also Lehmbrennerei brennendes Kuhleder Steinmetzgerei zum runden Pixel sämtliche Wohngebäude genau den Tau auf dem Host Boltblitzer und Tannensteiner Berg die Gärberei Meisterrei Rude Voigt 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 Flostig zum Schmierfink und Nadelfels Baumanufaktor in Klammern Schreiner haben wir noch was drin gut da beende ich erstmal die Folge meine lieben Freunde wir schauen in der nächsten Folge weiter und bis dahin verabschiede ich mich und sage tschüss 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 tschüss